Bei uns geht es heute um den Mund, den wir ordentlich vollnehmen, um Jungfernhäutchen, die man ein- und wieder ausbauen kann und um Penisse, die man erst kochen muss, bevor sie besonders lecker schmecken. Kein Zweifel, herzlich willkommen bei Liebe Sünde. Schönen guten Abend. Es gibt ja immer mal wieder diese hoch unvernünftigen und sehr nutzlosen Umfragen, da will man etwa wissen, was stört sie eigentlich bei ihrem Partner, ihrer Partnerin am meisten. Ganz oben auf der Ekelliste Männer, die mit Socken ins Bett gehen und Mundgeruch. Das deutsche Traditionsgegenmittel Nummer 1 heißt natürlich Odol, dieses Wässerchen in diesen etwas wagemutigen Flaschen. Odol wird 100 Jahre alt und liebe Sünde, gratuliert, gurgelnd. Wer kennt es nicht, dieses pelzige, klebrige Gefühl im Mund? Morgens vor dem Aufstehen, in Stresssituationen, nach langem Arbeiten, ohne Essen. Mundgeruch. Wie viel Annäherungen, Küsse, gar Beziehungen kamen nicht zustande, weil sich die Bakterien in unserer Mundhülle schamlos vermehren konnten. Karl August Lingner verwertete die Erkenntnisse von Koch und Pasteur, die den Zusammenhang von Bakterienwachstum und Karies entdeckten. Er erfand 1893 ein Mundwasser und nannte es Odol. Lingner machte sich nicht nur als Erfinder und Geschäftsmann einen Namen, sondern auch als Aufklärer. Die erste internationale Hygieneausstellung 1911 in Dresden war sein Werk. Mehr als fünf Millionen Besucher kamen, um an Modellen, Volkskrankheiten und Seuchen zu studieren, wie Tuberkulose, Typhus oder Syphilis. Lingner war Kunstsammler. Zeitgenössische Malerei diente ihm um die Jahrhundertwende als Inspiration für die Odolwerbung, die er zum Teil selbst gestaltete. Hier das Meerweib von Franz von Stuck, ebenfalls eine Werbevorlage. Die Odolwerbung mit ihrem Frauenbild und dem erotischen Augenzwinkern entsprach nicht voll dem Zeitgeist. Die, bei welcher du zu freie Sitten und Minen findest, ist nicht geeignet, deine Freundin zu sein. So ein damaliger Ratgeber für Jungfrauen. Auch für die stürmische Mutterliebe braucht es frischen Atem. Ein Kuss, den mir mein Schätzchen reichet, des München durch Odolgenuss, der duftig frischen Rose gleichet. Ja, so ein Kuss, das ist ein Kuss. Neben Frauen, Kindern und Naturschauspielen dringt nun das männlich-aggressive Element in die Gestaltung der Werbung ein. Das Kriegsschiff, die Kanonen, ein fallisches Symbol. Auch der Lanzer benutzte Odol, wie Fundstücke aus dem Ersten Weltkrieg es belegen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging das großbürgerliche Zeitalter zu Ende. Industrien wuchsen. Menschen ballten sich in den Städten. Gerade die, die hart arbeiten mussten, hatten die schlechtesten hygienischen Bedingungen. Arbeiterwohnungen verfügten über kein Bad und kaum fließendes Wasser. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich Odol leisten konnten, was damals 1,50 Mark kostete. Wichtige Käufer waren die neue Schicht der Angestellten, vor allem die Frauen. Körperpflege und Kleidung standen bei ihnen an zweiter Stelle im Haushaltsbudget. Die äußere Erscheinung galt fast als Berufsqualifikation. Gut riechend und schön frisiert verkaufen sie besser. Die Umsätze steigen. Schon wieder ein Korb. Tabakgeruch aus dem Mund des Tänzers schreckt jede Dame ab. Wie der Charleston gehört auch Odol zu den wilden 20er Jahren. Hollywood mit seinen Filmküssen blieb nicht ohne Folgen auf die Odol-Werbung Ende der 30er Jahre. Nun treiben wir Hygiene des Mundes und der Zähne. Die Zähne wie der Mund so wohl verlangen dabei nach Odol. Ein Ausschnitt aus einem Werbefilm von 1938. Odol macht, das weiß jedes Kind, das Blüten weiß die Zähne sind. Ich wohne Glückswurm, hab nie bedracht, wie schön Odol die Zähne macht. Ganz anders als der Frosch haben diese Grazien fleißig die Zähne gebürstet. Zähne wie Perlen. 1945. Es wird wieder aufgebaut. Den Schrecken schnell vergessen. Wir waschen uns eine weiße Weste. Es gibt welche, die aus der Lüge ausbrechen wollen. Die anderen feiern Spießbürger Hochzeit. Ein kleiner Herr, sehr gut erzogen. Und sicher sagte man ihm schon, Odol gehört zum guten Ton. Odol hält Mund und Atem rein. Odol muss sein. Von Kopf bis Fuß rein. Alles frisch desodoriert. Nur nicht unangenehm auffallen. Der gute Deutsche hat kein Geruchsgespenst zu Hause. Ich kann ganz sicher sein. Mein Mund ist frisch, mein Atem rein. Es macht aus Muffelatem frischer Atem. Und sympathische Frische, so weit der Atem reicht. Also ich weiß ja nicht, ich kriege bei solchen Spots da immer ein ganz schlechtes Geruchsgewissen. Ich gehe mich jetzt mal eben ein bisschen frisch machen. Und weiter geht es dann bei uns mit Gabi und Biggie. Die machen sich natürlich mal wieder lustig. Und zwar über unanierende Jugendliche. Dabei ist das durchaus ein ernstes Thema. Sex im Jugendbuch. Gibt es gleich bei uns. Sex im Jugendbuch. Sex im Jugendbuch. Jetzt kommt es gleich ganz dick. Die neue 300-Gramm-Tafel von Milka, das ist schon was. Komm, ich nehme das ab. Dieses Riesending. Daumendick ist die. So dick, dass sogar ganze Haselnüsse reinpassen. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ah, die Rechnung, bitte. Was machen wir jetzt? Das sagst du. Danke. Es ist dein Geburtstag, Papa. Ich bezahle. Lisa, die Freiheit nehme ich mir. Ah, Carlo. Herr Angelo, Sie waren wieder an meinen Rosen? No, no, no. Prego, sacópte. Moment, una bustina di Nescafé. Si versa la tazza, l'acqua bollente. Pronto, Cappuccino Nescafé. Una rosa a una donna bellissima. Esta volta è Carlo. Ah, für Carlo. Für die italienischen Momente im Leben. Nescafé Cappuccino. Es war einmal ein Bauer. Der hatte zwei Söhne. Eines Tages rief der Vater die Söhne zusammen und sprach, es ist an der Zeit, dass ihr im Leben eure Verantwortung findet. Du, mein Ältester, sollst den Hof übernehmen. Und du, mein jüngster Sohn, sollst in die Welt gehen und die Kunst des Heilens erlernen. Denn es gibt viel zu wenig Ärzte in unserem Land. Und wie es der Vater bestimmt hatte, so geschah es. Der jüngste Sohn zog in die Welt und blieb schließlich in einem Land, das man Deutschland nannte. Der junge Sohn studierte fleißig und fand schnell Freunde. Als er sein Studium gerade beendet hatte, zog sich der Himmel zusammen und bedeckte das Land mit dunklen Wolken. Er wurde krank. Am Anfang hatte diese Krankheit keinen Namen. Doch dann nannte man sie einfach, ein Ausländer zu sein. Es war eine schreckliche Krankheit. Und täglich hörte man von neuen Opfern. Man wollte keine Fremden in einem so gesunden Land. Als Arzt kannte er zwar viele, viele Heilmittel, doch keines konnte ihm helfen. Und so wurde auch er immer mehr ein Opfer, bis er eines Tages auf einer dunklen Seitenstraße sterben musste. Sein Schädel war eingeschlagen und man holte einen Arzt. Leider ist diese Geschichte Wirklichkeit und wir können nur gemeinsam gegen den fremden Hass in Deutschland kämpfen. Und lasst uns nie vergessen, nur Menschlichkeit hat wirklich Power. Freitag 21.15 Uhr Spiegel TV Interview Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger Ich glaube, ich beanspruche das für mich, dass ich mich in dem einen Jahr nicht verändert habe. Gar nicht. Ich schlafe etwas zu wenig manchmal. Freitag 21.15 Uhr auf Vox Fremde Welten. Indien wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ein Maharadscha lädt zur Hochzeit seiner Tochter. Die Prinzessin wird verkauft, ihr Titel versilbert. Die ehemaligen Herrscher machen heute nur noch Geschäfte. Maharadschas. Das Ende einer Legende. Fremde Welten. Am Samstag um 18.15 Uhr. Matthias, kommst du bitte? Zer mal halten einen Moment. Es geht schon wieder los. Hat in dieser Sendung überhaupt niemals irgendetwas an Ruhe. Ich wünschte ja, eigentlich hätte es mal so gut und so bequem. Wie Gabi und Biggie. 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 Glaubst du eigentlich, dass Hanni und Nanni jemals masturbiert haben? Also ich weiß nur, dass zu der Zeit, als ich Hanni und Nanni gelesen habe, ich gelernt habe zu masturbieren. Also das kam bei denen natürlich nicht vor. Das ist wie mit Hollywood-Filmen und Verdauung. Die Realität wird einfach immer ausgeklammert. Also ich weiß nicht, ob ich die Verdauung von Robert Redford wirklich gerne sehen würde. Wenn überhaupt, ne? Dann gab es Sex in Mädchenbüchern ja nur mit Pferden. Diese ganzen starken, feurigen Geschöpfe mit ihren warmen Flammen. Dick und Dalli und die Ponys. Das war doch der reine Gruppensex. Ich konnte Pferde sowieso nicht leiden. Meine Mutter hat erzählt, ich habe als Kind gerne Pferdefleisch gegessen und dazu gerufen, Black Beauty soll sterben. Du, auf jeden Fall hängen einem Kinderbücher lange nach. Im Magerklasse war ein Mädchen, die war früher Pumuckl-Fan. Und die hat heute nur Typen mit Sommersprossen und roten Haaren. Sag ihr doch mal, Meister Eder und seine Pumuckl sind schwul. Die haben doch was miteinander. Glaube ich auch. Auf jeden Fall steckt in Kinderbüchern mehr als man denkt. Erinnerst du dich noch an Georgina aus den Fünf-Freunde-Büchern? Das war doch die erste Kampflesbe meines Lebens. Die hatte kurze Haare, trug nur Hosen und ließ sich George nennen. Also ich könnte denken, dass die heute in Südengland eine feministische Mitbeizentrale leitet. Nein, ich glaube, Hanni und Nanni waren einfach zu blöd zum Sex. Außerdem hatten sie überhaupt keine Zeit. Sie mussten sich immer zur Klassensprecherin wählen lassen. Sie mussten unbeliebte Mitschülerinnen integrieren. Lauter so unglaublich interessante Dinge. Na Gott sei Dank gab es ja damals schon Bravo. Und da konnte man nachlesen, was Hanni und Nanni unter der Bettdecke wirklich tun. Ja, und da stand auch, dass Männer interessanter sind als Pferde. Jedenfalls rein körperlich. Apropos Kids und Jugendliche, welches Verhältnis die kommenden Generationen zur Sexualität, zu ihrem Körper, zu ihren jeweiligen Partnern haben werden. Das hängt natürlich nicht unwesentlich davon ab, was man ihnen mehr oder weniger pädagogisch nahe gebracht hat, was man ihnen beigebracht hat. Eines der Mittel, durchaus immer noch im Trend, ist natürlich das Buch. Zu meiner Zeit hat man Jugendbücher wie dieses hier gelesen, Sexfront. Da sagt natürlich alleine schon der Titel, dass es sich hier um einen sehr kräftigen, sehr positiven Zugang zur Sexualität handelt. Wir haben uns dafür interessiert, wie sieht das denn eigentlich heutzutage in den Jugendbüchern aus. Wir haben uns heftig eingelesen und zu unserem Erstaunen haben wir entdeckt, Sexualität ist wieder ein Problem. Nacktes soll brennen, sagt Lena, was immer auch Liebe und Sex miteinander zu tun haben, so wie in diesem Pornoheft hat sie es sich nicht vorgestellt. Das Geheimnisspiel von Lena und Carrie ist plötzlich gar nicht mehr lustig. Dabei hatte die Sommergeschichte um Liebe und Pubertät so wunderschön angefangen. Dort am See trifft Lena diesen toll aussehenden Jungen. Ein Chaos, der Gefühle beginnt, einfühlsam geschildert von dem jungen belgischen Jugendbuchautor Bart Mouillard. In seiner Novelle Küss mich. Die Verwirrung wird komplett, als Lena schließlich entdeckt, dass der so perfekt scheinende Junge behindert ist. Es geht in diesem Buch darum, dass Menschen erkennen, dass etwas niemals das ist, was es eigentlich zu sein scheint. Der Junge sieht sehr hübsch aus, aber er hat auch etwas zu verbergen. Das bemerkt Lena erst später. Nachdem sie merkt, dass er ein bisschen krank ist, muss sie sich entscheiden, ob sie ihn wirklich näher kennenlernen will. Da ist sie, die problembeladene, die dunkle Seite der Liebe, häufig Thema in den Neuerscheinungen des Jugendbuchmarkts der letzten Jahre. Es ist ganz deutlich spürbar jetzt in den 90er Jahren, wenn man die letzten drei Jahre die Neuerscheinungen und Jugendbücher beobachtet, dass immer mehr Themenbereiche und Aspekte da Berücksichtigung finden, die in den 80er Jahren überhaupt noch nicht selbstverständlich waren. Das sind zum Beispiel weibliche und männliche Homosexualität im Jugendbuch, das ist was Neues. Auseinandersetzung mit Sexualität und Gewalt, Auseinandersetzung mit Beziehungen unter Gleichaltrigen. Das heißt, da wird Nähe gesucht, die dann auch im Zusammenhang mit Sexualität natürlich gesucht wird, aber eben nicht ausschließlich. Das ist ein Bereich, der wichtig ist. Es war nicht leicht zu wissen, was Gora während dieser langen, stillen Umarmung dachte. Marlin dagegen begann sich zu überlegen, wie man so eine Umarmung am natürlichsten beenden konnte. Wenn man zu lange weitermachte, konnte die Umarmung leicht peinlich werden. Wie lang war zu lang und wie sollte man aufhören, ohne dass beide verlegen wurden? Zitat aus Ich bin Marlin von Peter Pohl. Die Nöte, Ängste und Wünsche von Jugendlichen hat Bart Mouillard, Redakteur bei einer belgischen Jugendzeitschrift, jeden Tag auf seinem Schreibtisch. Was mir auffällt an den Briefen, die wir erhalten, ist, dass sehr viele Jugendliche allein sind mit ihren Problemen. Sie lernen niemanden kennen, beziehungsweise haben nicht den Mut dazu. Wenn es um das Thema Liebe geht, so stehen sie oft vor dem Problem, ich bin verliebt, aber er oder sie nicht in mich. Diese Unsicherheit ist sehr stark spürbar. Und plötzlich schlägt die Fantasie Purzelbäume, wie zum Beispiel in Von hier bis Kim meine Erzählung des Schweden Bert Danielson. Sie sitzt am Fenster. Sie ist schön, unbeschreiblich schön. Ich versuche die Augen von ihr abzuwenden, aber das geht nicht. Ich muss einfach hinschauen. Meine Augen kriechen über ihren Mund, ihren Hals, ihre Brust und ihre Beine. Ich spüre, wie meine Jeans im Schritt zu spannen beginnen und meine Hände warm und feucht werden. Zu harmlos, es geht auch schärfer. Sie beugte sich über mich und legte ihre Hand außen auf meine Jeans, über meinen pochenden Schwanz. Ihre Nägel sind rot lackiert und spitz. Auf dem Handrücken zeichnen sich die Adern unter der leicht sonnengebräunten Haut ab. Ihre andere Hand fängt meine Hand ein und führt sie an ihren Schenkel hinauf. Ich fühle die rauer, kühle Oberfläche des Nylonstrumpfes wie die Zunge eines jungen Kätzchens. Meine Hand wandert unter den Kleidersaum und immer weiter hinauf. Es ist ganz offenkundig, dass Jugendliche sich dagegen wehren, Bücher zu lesen oder als ihre Welt anzuerkennen, in denen Sexualität das Thema ist. Es hat also in der letzten Jurydiskussion einen ganz vehementen Einspruch gegeben eines jugendlichen Juroers, der sagte, wieso glaubt ihr, dass das das Einzige ist, was uns interessiert. Jugendliche wollen, wenn sie lesen, etwas erfahren über sich und ihre Welt und sie wollen mehr als literarische Gebrauchsanweisungen für Verhütungsmittel. Nie passte es besser, exakt an dieser Stelle der Sendung, das erste Mal. Als das erste Mal passiert ist, war ich damals 16 Jahre alt und wenn ich mich zurückerinnere, fällt mir als erstes immer dieser Sommer ein. So ein wunderschöner Sommer, tolles Wetter, keine Sorgen, keine Probleme, das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Es war damals so die Zeit der Alternativbewegung, Grün-Friedensbewegung und wir hatten so einen richtigen Späthippie-Sommer damals. Und dann so nach ein, zwei Monaten war eigentlich klar, dass es jetzt die Zeit war für diesen entscheidenden Schritt. Und mein Freund und ich haben auch lange darüber geredet, haben uns vorbereitet. Also Eltern hätten eigentlich stolz sein müssen, wie verantwortungsvoll wir da rangegangen sind. Und wir hatten uns also schon kennengelernt, so Petting und Zärtlichkeiten ausgetauscht. Und das Vertrauen war da, die Zärtlichkeit war da. Und ich bin dann auch mit meiner Mutter zum Frauenarzt gegangen. Ich habe die Pille bekommen, habe die auch brav einen Monat vorher genommen, damit da auch wirklich überhaupt kein Risiko besteht, dass ich irgendwie schwanger werden könnte. Und von daher hätte die Sache also wirklich wunderbar, perfekt ablaufen können. Die Voraussetzungen waren halt alle dafür gegeben. Wir wurden nicht gestört, wir hatten unser eigenes Zimmer, wir waren in der richtigen Stimmung. Und dann an dem Abend, als es dann wirklich passiert ist, ist es dann doch so zu tragekomischen Ereignissen gekommen, weil wir zwei Idealisten, wobei man dazu sagen muss, das war für meinen Freund auch das erste Mal, wir beiden Idealisten hatten uns zwar so vorbereitet, aber als es dann wirklich zur Sache ging, als dann wirklich dieses entscheidende Hindernis auftauchte, dann hat uns das so zum Konzept geworfen, dass das wirklich so eine Murkserei wurde. Und dieses entscheidende Hindernis, das war halt mein Jungfernhäutchen. Und als überzeugter Pazifist, der mein Freund halt war, der wollte mir auf keinen Fall wehtun. Und immer wenn ich dann ein bisschen zuckte, dann tue ich dir weh, tue ich dir weh und hat sich wieder zurückgezogen. Und ich war irgendwie auch total hilflos und war aber auch noch nicht irgendwie selbstbewusst genug, um zu sagen, jetzt mach halt. Ja, ja, wenn Pazifisten Sex machen. So ist es nun mal, wenn beim ersten Mal miteinander geschlafen wird, da wird das Jungfernhäutchen eingerissen. Für viele Frauen durchaus im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr einschneidendes Erlebnis. Vor allen Dingen auch in seiner sozialen Dimension. Jungfrau sein, jungfräulich in die Ehe gehen, das ist in vielen Gesellschaften immer noch ein sehr starker gesellschaftlicher und natürlich auch religiöser Zwang. Was aber nun, wenn westliche Libertinage und Tradition so hart aufeinanderprallen, wie wir das derzeit etwa in Russland beobachten können. Man will selbstverständlich, und wir verstehen das, die sexuellen Freiheiten, aber man will auch jungfräulich in die Ehe gehen. Was tun, hat Lenin gefragt. Defloration, das ist die Entjungferung. Und jetzt gibt es die Refloration. Man geht zum Jungfrauenmacher. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert in Russland eine Art Wiederauferstehung. Nach dem Zerfall der Sowjetunion inmitten des politischen und wirtschaftlichen Chaos setzen viele Russen zumindest die Religion mit Stabilität und Ordnung gleich. Alte Werte werden wichtig in einer Zeit, in der mit dem Imperium auch die Ideologie zertrümmert wurde. Dimitri und Sonja kennen sich seit drei Jahren. Für beide kam nur eine Hochzeit in der Kirche in Frage. Beide sind sehr gläubig und bereit, auch die strengen moralischen Regeln der orthodoxen Kirche zu befolgen. Dazu gehört auch, dass die Frau unberührt in die Ehe geht. Ich bin überzeugt, dass die Frau vor der Heirat eine Jungfrau bleiben muss. Erst nach der Hochzeit darf es zu Intimitäten kommen. Dabei ist Jungfräulichkeit kein unbedingtes Muss, um getraut zu werden, sagt der Priester. Erfährt er bei der Beichte vor der Hochzeit entsprechend Schlimmes, dann kann man die Sünder nur fühlen lassen, dass sie etwas Böses getan haben. Trotzdem hält der Priester die Forderung nach Jungfräulichkeit für zeitgemäß. In unserer lasterhaften Zeit hören wir überall die Aufforderungen zu mehr Sex, zum schrankenlosen Vergnügen. Und heutzutage fordert nur die christliche Kirche Keuschheit, Reinheit und ein entsprechendes Verhalten in der Ehe. Laster, Sex, Vergnügen. Nachdem das alles jahrelang in Russland tabuisiert wurde, darf jetzt geschwelgt werden. Viele Russen stürzen sich ins Nachtleben mit allem, was dazu gehört. Durch die Bars und Nachtlokale Moskaus geistert immer wieder der Begriff von einer sexuellen Revolution. Hier ist man dankbar, dass man endlich laut über Sex sprechen und denken kann, dass man endlich alles ausprobieren darf. Als wir hier das Gerücht von der Refloration ausstreuen, zeigten sich die meisten belustigt. Und nur manch einer machte sich ernsthafte Gedanken, woher solche Praktiken überhaupt kommen. Das liegt doch daran, dass noch heute auf dem Land das Bettlaken nach der Hochzeitsnacht aufgehängt wird, oder dass durchlöcherte Kochtöpfe verschenkt werden, wenn die Braut schon vor der Heirat entjungfert wurde. Was in der Bar nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird, ist in fast allen gynäkologischen Abteilungen der Krankenhäuser Moskaus Alltag. Immer mehr Mädchen und Frauen, so versichern uns die Ärzte und Schwestern, lassen sich ihr Hümen, also ihr Jungfernhäutchen, wiederherstellen. Hier in dieser Abteilung waren es 100 Frauen innerhalb eines Jahres. Die Mädchen kommen meist allein, die Operation soll vor Verwandten und Freunden geheim bleiben. Diese Operation ist nicht schwer oder kompliziert. Man kann sie sogar ambulant durchführen und theoretisch kann man die Operation so oft wiederholen, wie man will. Die meisten Patientinnen kommen aus Mittelasien und aus dem Kaukasus, also aus den islamischen Regionen. Jungfräulichkeit ist dort oft unabdingbare Voraussetzung für eine Heirat. Ein anderer Kundenkreis sind junge Prostituierte. Als Jungfrauen können sie Exklusivpreise fordern. Die Operation dauert nur kurz. Der Arzt vernäht entweder die Reste des Hümen, falls es nicht mehr vorhanden ist, verengt er die Scheide. Zwischen echter und falscher Jungfrau kann ein Mann nicht unterscheiden. Es gibt wirklich keinen Unterschied, für den Mann ist es absolut das Gleiche. In den Diskotheken Moskaus gibt man sich aufgeschlossen. Das Thema Jungfräulichkeit versichern die meisten, gehört in die Mottenkiste. Sexualität ist nichts anderes, als wenn ein Durstiger ein Glas Wasser leert, sagte einst Lenin. Seine Anhänger zu diesem Thema, so schimpfen Moralisten, tanzen jetzt in Moskaus Diskotheken. Die 15-jährige Jana kann darüber nur lachen. Sie findet es gut, dass die Frau endlich aus verkrusteten Moralvorstellungen ausbrechen kann. Allerdings gibt Jana zu, dass sie zumindest darüber nachdenken würde, sich einer Operation zu unterziehen, wenn ihr Freund auf eine Jungfrau bestehen würde. Eine Frau muss vor der Ehe nicht sexuell erfahren sein. Warum, fragen wir. Der Mann muss der Frau alles beibringen, so die Antwort. Als wir in der Kirche noch einmal nachhaken, ob man dort etwas von Refloration gehört hat, wird das verneint. Und hier kann man sich auch nicht vorstellen, dass viel zu enge Moralbegriffe mit diesem Phänomen etwas zu tun haben. Jeder von Ihnen, der in letzter Zeit eine Wohnung gesucht hat, weiß, das ist ein absoluter Albtraum. Aber gemacht, da lässt sich leicht noch einer draufsetzen. Man kann diese Unannehmlichkeiten durchaus noch steigern. Dann nämlich, wenn man endlich eine Wohnung gefunden hat, ein Nest für zwei, man ist eingezogen und dann geht die Beziehung in die Brüche. Wohnungen sind knapp. Zurzeit sind über sieben Millionen Menschen von der Wohnungsnot bedroht. Der Mangel treibt die Preise gerade in Ballungsgebieten in die Höhe. Jeden, der zur Miete wohnt, kann es treffen. Zusammen lebende Paare mit Trennungsabsichten steuern unweigerlich auf eine Misere zu. Oft stehen beide Partner gleichberechtigt im Mietvertrag. Wer soll dann ausziehen? Und was ist, wenn keine Ausweichwohnung gefunden wird? Wenn die Liebe stirbt, kann die gemeinsame Wohnung zur Hölle werden. Als er dann zurückkehrte, bemühte er sich nicht um eine eigene Wohnung, wie man es eigentlich erwarten könnte, von jemandem, der die Beziehung beendet und damit dokumentiert, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern übte Gewalt aus, physische wie auch psychische. Er kam jeden Abend be- oder angetrunken nach Hause, verhielt sich aggressiv und jezornig, sodass ich wirklich große Angst vor ihm hatte. Die Liebe ist tot, es lebe der Beziehungskrieg aus Wohnungsnot. Wir lebten beide hinter verschlossenen Türen. Er sprach kaum mit mir, grüßte auch nicht. Wenn er mit mir sprach, sah das wie folgt aus, dass er zum Beispiel häufig sagte, den Namen Spiekermann nimmst du mit ins Grab. Wenn ich dann nachfragte, wie meinst du das denn, dann sagte er, lass dich überraschen. Oder er sagte, du bist schon tot. Wenn die Liebe noch jung und frisch ist, glauben viele Paare, dass beide gleichberechtigt im Mietvertrag stehen sollten, damit einer den anderen nicht rausschmeißen kann. Aber genau diese Tatsache kann zur Falle werden. Auch Petra war in dieser Situation und suchte in ihrer Not bei vielen Institutionen Hilfe. Kann der Mieterverein helfen, ihren Ex aus der Wohnung zu bekommen? Nein, in diesem Fall sieht es schwierig aus für die Bewohner, wenn hier Menschen im Streit sind, in ihrer Beziehung Probleme haben. Beide aber im Mietvertrag sind, dann gibt es erhebliche Probleme. Denn der Mietvertrag kann nur durch beide gelöst werden. Denn der Vermieter hatte ja die Wohnung auch an beide vermietet, gemeinsam vermietet. Und nunmehr hat er auch den Anspruch, dass dieser Vertrag nur mit beiden gelöst werden kann. Im Rahmen seines Psychoterrors, den er ausübte, drohte er mir häufig, im Grunde genommen ja wöchentlich, teilweise täglich an, Frauen mit nach Hause zu bringen, die dann wohl auch, so meinte er, hier nächtigen würden. Ich lebe da also ständig unter dem Eindruck, dass dieses geschehen könnte. Die Frau kann sich nicht dagegen wehren, weil natürlich jeder in seinen Persönlichkeitsrechten frei ist. Man kann so viele Besucher empfangen, wie man möchte. Dennoch hat das keinerlei Einfluss auf das Mietverhältnis gegenüber dem Vermieter. Auch dieses würde nicht rechtfertigen, dass der jeweils andere ihn nunmehr vor die Tür setzen kann. Diese Möglichkeit besteht nicht. Eine Untersagung des Besuches ist allerdings nicht möglich. Die Fragen zum Thema Liebe und Miete häufen sich in den örtlichen Mietervereinen. Es gibt die verschiedensten Versionen von Liebestramen im Mieterparagrafenwald. Eine Person hat einen Hauptmietvertrag, der andere tritt als Lebenspartner nur in die Wohnung ein, hat keinerlei Vertragsverhältnis gegenüber dem Vermieter und muss damit rechnen, binnenkürzer auf die Straße gesetzt zu werden. Sicherlich die schlechteste aller Versionen. Der Krieg hinter den Gardinen hat begonnen. Wer einen Mietvertrag hat, verteidigt ihn bis aufs Messer. Damals war ich sehr verliebt und ich bin extra ihretwegen aus Frankreich zurückgekommen und ziehe mit ihr zusammen. Es ging auch wunderbar. Wir haben auch schon von Heirat gesprochen. Und auf einmal tauchte dieser andere Mann auf in ihrem Leben. Und ich konnte das nicht dulden. Und da habe ich gesagt, dass es so nicht geht. Aber sie hatte den Mietvertrag. Sie hat gesagt, wenn dir das nicht passt, dann wirst du wo gehen müssen. Es gibt ein Lexikon der Intimsprache der Deutschen, wo sämtliche lustigen, albernen, rüden, ordinären und manchmal sogar auch schönen Ausdrücke fürs Geschlechtliche verzeichnet sind. Sex im Volksmund, der obszöne Sprachschatz der Deutschen. Ach Gott, bevor Sie jetzt wieder alles schreiben müssen. Von Ernest Bornemann. Handbuch bei RORO erschienen und kostet, Moment, 16,80 Mark. Und unter Penis lesen wir einige hundert Ausdrücke, Ersatzwörter. Ich sage Ihnen nur mal, was bei H steht. Hahn, Haken, Halbmond, Hals, Hammer, Hänzchen, Hänzchen, Klein, Hans, Wurst, Hake, Haspel, Hausknochen, Hausmeister, Hausschlüssel, Heft, Heimtreiber, Hemd, Lenz, Hemd, Spreizer, Henkel, Herr, Hobel, Hochspannungsmast, Holz, Horn, Hugo, Hülse. Das nur bei H. Natürlich findet sich hier drin auch N wie Nudel. Wie man Nudeln und Penisse unter einen Hut kriegt, das zeigen wir Ihnen gleich. Und ich glaube, das war jetzt gerade eine ziemlich klappernde Metapher. Why me? What did I do? Neu bei Milka Lila Pause Eiscreme, knackige Mandeln in Kokoscreme und kühles Eis. Umhüllt von zarter Milka-Wendemilchschokolade, köstlich kühl und cremig zart. Kokosmandel-Eiscreme, jetzt neu. Ein schöner Tag. Das freundliche Diebels gibt es jetzt auch alkoholfrei. Fruchtzauber. Frucht und Creme, zusammen einfach unwiderstehlich. Man nehme Dr. Edgar. Durch meine Arbeit erfahre ich täglich, welche Probleme die Prostituierten haben. Sie wissen, dass ungeschützter Geschlechtsverkehr ein viel zu hohes Risiko in sich birgt, sich mit dem Virus der Krankheit Aids zu infizieren. Deshalb ist es für Prostituierte selbstverständlich, Kondome zu benutzen. Aber sie treffen oft auf Männer, die Kondome weglassen wollen. Dadurch gefährden sie sich selbst, die Prostituierte und andere Sexualpartnerinnen und Partner. Bei mir gibt's nicht ohne. 50 mehr? Bist du taub? Nein! Viele Menschen machen sich nicht klar, welches Risiko sie beim ungeschützten Geschlechtsverkehr eingehen. Kondome schützen. Nicht nur vor Aids. Wenn Sie Fragen zu Aids haben, rufen Sie uns an. Die persönliche Telefonberatung nennt Ihnen auch Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Köln 89 20 31 Pastoren, die surfen, Ärzte, die Kunst schaffen und ein berühmter Schriftsteller, der Marathon läuft. Freddy, this is Robert Marks. Warum er dies tut und warum er dieses Herz am Ärmel trägt, ist eine lange und lustige Geschichte. Die können Sie sehen, am Freitag um 22.10 Uhr. So, und das also findet Steffi Graf erotisch. Ja, eine hervorragende Pasta-Kollektion, der Beginn einer kochenden Leidenschaft. Liebe Frau Graf, Sie kommen doch viel in der Weltgeschichte rum. Wenn Sie mal wieder in London sind, dann gehen Sie vorbei bei Ciao Bella. Das ist ein Restaurant, das finden Sie im Stadtteil Holborn. Und da können Sie dann wirklich mal sehen, was erotische Nudeln sind, was erotische Pasta ist. E basta. Ich wollte etwas Originelles machen und als ich so mit meinem Küchenchef rumscherzte, fiel uns ein, machen wir doch eine Pasta del Cazzo. Sehr viele Leute kommen jetzt, weil sie von der Penispasta wissen und ihre Freunde überraschen wollen. Die Reaktionen sind allerdings ganz unterschiedlich. Für die Penisfetischisten sind diese Nudeln der neueste Gag in London. Leider gibt es natürlich auch Leute, die unsere Überraschungspasta gar nicht so lustig finden. Ein Desaster. Essen und Sex passen perfekt zusammen, das wissen doch alle. Deswegen wird das Ciao Bella im Londoner Stadtteil Holborn auch alleabendlich regelrecht von den Liebhabern oraler Genüsse gestürmt. Die sind wirklich erotisch. Wir sind extra aus Sizilien gekommen, um diese Pasta zu probieren. Die gibt es bei uns nämlich nicht. Die Form finde ich wirklich außergewöhnlich. Natürlich nicht für mich, für die Frauen. Sie sind wunderbar. Also ich hätte nie gedacht, dass diese Pasta einen derartigen Erfolg hat. Ich habe Anfragen aus aller Welt bekommen, ich kann es gar nicht fassen. Man kann natürlich auch ganz andere Sachen mit dieser Pasta machen. Das kennen wir doch schon von einem berühmten deutschen Chansong. Für mich soll es gelbe Nudeln regnen. Ja, danke Herr Kollege, es reicht, es reicht, es ist gut. Danke, danke, danke. Sehen Sie, so was ist eine Moderation mit Effekten. Jetzt kommt das Ende und das hat einen Namen, Lutz Görne. Als Johann Wolfgang Goethe 39 Jahre alt war, da lernte er seine spätere Frau kennen. Christiane hieß sie, war Fabrikarbeiterin in Weimar, sie stellte dort Papierblumen her. Sie war 16 Jahre jünger als der Geheime Rat. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Die beiden, die lernen sich in der Ilmaue kennen und ein paar Tage später ziehen sie zusammen und sie bleiben zusammen 29 Jahre lang bis zu Christianes Tod. Und in diesem kurzen Zeitraum zwischen Kennenlernen und Zusammenziehen, da ist das Gedicht entstanden, das Sie jetzt hören werden. Morgenklagen, Morgenklagen von Johann Wolfgang Goethe. Oh, du loses, leidig liebes Mädchen, sag mir an, womit hab ich's verschuldet, dass du mich auf diese Folter spannest, dass du dein gegeben Wort gebrochen? Drucktest doch so freundlich gestern Abend mir die Hände, lispeltest so lieblich. Ja, ich komme, komme gegen Morgen ganz gewiss, mein Freund, auf deine Stube. Angelehnet ließ ich meine Türe, hatte wohl die Angeln erst geprüft und mich recht gefreut, dass sie nicht knarrten. Welche Nacht des Wartens ist vergangen? Wacht ich doch und zählte jedes Viertel, schlief ich ein, auf wenig Augenblicke war mein Herz beständig wach geblieben, weckte mich von meinem leisen Schlummer. Ja, da segnete ich die Finsternisse, die so ruhig alles überdeckten, freute mich der allgemeinen Stille, horchte lauschend immer in die Stille, ob sie nicht ein Laut bewegen möchte. Hätte sie Gedanken, wie ich denke, hätte sie Gefühl, wie ich empfinde, würde sie den Morgen nicht erwarten, würde schon in dieser Stunde kommen. Hüpft ein Kätzchen oben über den Boden, knisterte das Mäuschen in der Ecke, regte sich, ich weiß nicht was, im Hause immer hoffte ich da einen Schritt zu hören, immer glaubte ich da einen Tritt zu hören. Und so lag ich, lang und immer länger, und es fing der Tag schon an zu grauen, es rauschte hier und rauschte dort und saß ich aufgestemmt in meine Bette, schaute nach der halber hellten Türe, ob es den wohl bewegen möchte. Angelehnet blieben beide Flügel auf den leisen Angeln ruhig hangen. Und der Tag war immer hell, und heller hörte ich schon das Nachbars Türe gehen, der der Taglohn zu gewinnen, alle hörte ich bald darauf die Wagen rasseln, war das Tor der Stadt und auch eröffnet, und es regte sich der ganze Plunde des bewegten Marktes, die er nahm war, haus und gehen, komm auf und ab, die stiegen hin und wieder knarren, Türen klappern, die dritte, doch ich konnte wie vom schönen Leben mich noch nicht von meiner Hoffnung scheiden. Und dann, endlich, als die ganz verhasste Sonne meine Fenster traf und meine Wände, sprang ich auf und eilte nach dem Garten, meinen heißen, sehnsuchtsvollen Atem mit der kühlen Morgenluft zu mischen, dir vielleicht im Garten zu begegnen, und nun bist du weder in der Laube noch im hohen Linkengang zu finden. Ja, an diesem Morgen hatte das noch kein Happy End, das dauerte noch ein paar Tage. Für Liebe Sünde heißt es in den nächsten Tagen Koffer packen, denn es geht nach Berlin. Für den nächsten Donnerstag haben wir uns mal wieder ein Liebe Sünde Spezial auf die Fahnen geschrieben. Wir sind beim Welt-Aids-Kongress in Berlin, einem der größten medizinischen und auch sonstigen Kongresse überhaupt, etwa 15.000 Teilnehmer haben sich dort bisher schon angemeldet. Eins haben wir uns ganz fest vorgenommen für nächste Woche, das wird keine Trauersendung werden und das wird auch keine Jammer-Sendung werden. Unser Motto für den nächsten Donnerstag, mit Aids leben. Und wir werden Ihnen, ich denke mal, eine sehr hochinteressante und eine sehr reichhaltige Sendung zum Thema bieten, Aids und Kultur, auch wenn Ihnen das jetzt möglicherweise etwas merkwürdig vorkommt. Lassen Sie sich überraschen, kommenden Donnerstag, viertel nach elf, bis dann, Ahoi!